Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Menschen strömen hier rein, weil alle wollen die größte Gaming-Messe erleben. Mein Name ist Nana Domena oder auch besser bekannt Nana Lifestyler und ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe heute natürlich wieder auch die unglaublich charmante Nana Taylor am Start. Lind ist ja so eine traditionelle Marke, wo ihr ganz genau wisst, die machen diesen super tollen Schokohasen zu Ostern, machen fantastische Sachen zu Weihnachten. Aber alles sehr traditionell und jetzt ist Lind hingegangen und hat die Konversion gebrochen. Lind hat eine neue Schokolade herausgebracht, heißt Hello und diese Schokolade redet mit euch. Die stellt sich vor, zum Beispiel in dem Fall Hello, my name is Strawberry Cheesecake oder Hello, my name is Caramel Brownie, Cookies and Cream und deine Lieblingsschokolade. Wo ist die denn? Nougat and Crunch. Die absolute Obergranate und zwar eine ganz, ganz neue Marke. Keiner hat es bis jetzt weltweit genossen und genießen dürfen. Es ist die neue Hello Schokolade von Lind. Lecker. Lecker, ja. Lecker, so muss es sein. Lind, und wie schmeckt es bei dir? Geil. Super, super Verpackung, 1,8. Ist der Wahnsinn, klasse. Ein Genuss, der es wirklich in sich hat und das Schöne ist, es ist keine normale Schokolade, man sieht das ja auch schon an der Verpackung. Oder dann im Background, take me, taste me, love me. Also, wenn das mal hier keine Ansage ist von Lind Hello, dann weiß ich ja auch nicht. Und jetzt möchte ich mich hiermit um fast 19 Uhr verabschieden mit den lieben Lind Girls, mit den Hello Girls und auch nochmal vielen Dank an Lind aus Aachen. Also, bis dann. Lieben Gruß in die Welt. Tschüss. Bis dann! Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020